An den Taten sollte sie erkennen. Das ist eine alte Weisheit und besagt nichts anderes, als dass manche Leute viel reden, aber was sie denn schlussendlich zustande bringen. Das könnte genau diametral im Gegensatz zu dem sein, was sie denn von sich geben. KenFM hatte sich zu den Flüchtlingsströmen geäußert und meinte, wir müssten alle möglichen Flüchtlinge aufnehmen, weil wir ja die Waffen liefern. Das sind alles unzulässige Verallgemeinerungen, denn nicht wir liefern die Waffen für irgendwelche Kriege sonst wo, sondern wir schaffen auch auf wirtschaftlicher Ebene die Fluchtursachen, wie hier zum Beispiel auf dem Kanal Bananenrepublik 1, wie die EU Fluchtursachen schafft, statt sie zu bekämpfen. Das ist eine Monitorsendung. Also die sogenannten Lügenmedien wissen es besser als KenFM und sonstige Gutmenschen, die immer nur kurzfristig denken und Wunschdenken anwenden. Des Weiteren meinte KenFM dann auch, ja, man müsste den C-Parteien das C aber kennen, weil das irgendwas mit Christlich zu tun hat. Dies hier ist ein YouTube-Klassiker. Das ist Seehofer, der Chef der CSU bei Pelzig. Also auch wieder in den Lügenmedien, aber hier wird die absolute Wahrheit in kurzen Worten zusammengefasst. Er sagt, also Seehofer sagt, die, die regieren, sind nicht gewählt und die, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. So, das ist alles. Und deswegen braucht man sich da auch nicht wundern und Gerhard Wischniewski hatte sich dann auch zu dem Thema geäußert und versetzt den Begriff Massenmigrationswaffe mit einem Fragezeichen. Das muss man im Zusammenhang sehen mit dem, was uns von ganz vielen Leuten aus den USA erzählt wird. Das sind nicht irgendwelche Leute. Man kann das durchaus erfahren, wenn man dann sich mit dem Thema auseinandersetzen würde. Wie zum Beispiel das, was Thomas Barnett sich so ausgedacht hat, der da von einem Non-Integrationing Gap spricht, also einer Kluft zwischen den Staaten, die sich nicht integrieren lassen in ein gewisses System. Und diejenigen, die was dagegen haben, für die hat er auch eine ganz simple Empfehlung, Kill M. Bringt sie um. Das gibt schon mal einen deutlichen Hinweis, in welche Richtung es geht. Und wie hier zum Beispiel General Chakashvili, das ist der Autor des Strategiepapiers Joint Vision 2010. Hierüber könnte man diverse Videos machen. Kurz zusammengefasst, er sagt, die USA braucht die Full Dominance, die volle Dominanz auf allen Bereichen oder in allen Gebieten. General Chakashvili weiß aber auch, dass die US-Truppen nicht fähig sind, dauerhaft irgendwo präsent zu sein. Ausnahmen gibt es natürlich, die sind auch schon lange her, wie zum Beispiel hier die Bundesrepublik Deutschland, nicht wahr? Oder Artikel 120 Grundgesetz, die Besatzungskosten zahlt der Bund. So ließe sich eine US-Truppe dauerhaft am Boden halten. Gleiches gilt für Südkorea und für Japan. Aber das waren sie dann auch schon weltweit, die man in ähnlicher Weise schröpfen könnte, um eine dauerhafte Präsenz der US-Truppen zu gewährleisten. Wie schafft General Chakashvili nun bei einer Truppe, die insuffizient ist, also zu schwach ist, um irgendwo dauerhaft wirken zu können, diese Full Dominance, in dem alle anderen destabilisiert werden. Und das betrifft auch uns. Ich erinnere nochmal an die Rede von George Friedman, wo klar abgezeichnet wurde, welche neuen Verbündeten die USA hat. Nämlich von Lettland über Polen, Ungarn hätten sie gerne, Rumänien hätten sie auch gerne. Und somit ein Sicherheitsgürtel zu schaffen, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Und dieser Sicherheitsgürtel, der richtet sich nicht nur gegen Osten, sondern auch gegen Westen. Wie destabilisiert man nun eine Gesellschaft im Sinne von dem, was General Chakashvili beabsichtigt, mit diesem Strategiepapier Joint Vision 2010? Auf dem Kanal von CanFM kann auch seine Kamerafrau, ich glaube die heißt Bilbo, hin und wieder Beiträge hochladen. Sie hat ganz klar davon geredet, wie es ihr erging, französisch sprechend nach Deutschland zu kommen und sich Jahre, wenn nicht gar mindestens die ersten zehn Jahre, nicht so ausartikulieren zu können, wie es ihr beliebte. Wir sehen hier also ein großes Sprachproblem und wenn Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Gegenden kommen, mit den unterschiedlichsten Sprachen, werden sie zwangsläufig lange Zeit in einem Zustand der Wehrlosigkeit gehalten, da sie sich nicht artikulieren können. Das sind geradezu biblische Ausmaße, die so hergestellt werden, wie es zum Beispiel in der Geschichte vom Turmbau zu Babel nachzulesen wäre, wo einer den anderen nicht mehr versteht. Ja, eine solche Gesellschaft zerfällt. Sinnvollerweise werden ja auch jene Flüchtlinge nicht hier auf dem platten Land oder sowas angesiedelt, sondern in den Städten. Und hier kommt erschwerend hinzu, dass wir hier sicherlich schon Notzeiten hatten und bei größerem Territorium, wesentlich größerem Territorium, mit einer vielfältigeren Landwirtschaft, war es möglich, 69 Millionen Menschen zu ernähren, aber auch nur gerade so eben. Heute leben wir hier mit 82 Millionen auf einem wesentlich geringeren Territorium und diese Grafik zeigt mal an, wie von 1975 bis 2013 die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe abnahm. Das ist gedrittelt, also ist nur noch ein Drittel vorhanden. Das im Zusammenhang gesehen mit der Reduzierung der Wirtschaftsflächen. Die Agrarbetriebe nehmen nicht nur ab, sondern eben auch die Fläche durch Stilllegungen und so weiter und so fort. Ein schönes Beispiel ist hier der Bosnienkrieg. Ich hatte hier bei dieser Sjevernodja Bosna Lkw gefahren, also Hilfsgüter so abgeholt und so. Ich kannte den Leiter dieser Hilfsorganisation, das heißt nordöstliches Bosnien. Und wie vier andere Städte war die Stadt Tuzla zunächst belagert. Seinerzeit waren nur noch 200.000 in diesem Kanton und die hatten dann dieses Gelände dann auch erweitert, durch Schützengräben gesichert und so weiter und auch durch Zahlungen. Ja, also die Krainer Serben hatten das eingekesselt und es wurden Bestechungsgelder gezahlt, das weiß ich. Dennoch, also es kamen Hilfsgüter durch. Aber hier in Berlin begegnete ich dann auch einigen Deserteuren, die bei dieser Organisation Sjevernodja Bosna versuchten, wieder Reputation zu bekommen. Ich habe dann auch mit denen gesprochen und die haben auch gesagt, ja, was sollten wir machen, wir werden verhungert. Und dann haben sie ihre Kalaschnikow genommen und sind los nach Berlin und sind Deserteure. Seinerzeit war es also möglich, gerade mal 200.000 Leute zu ernähren in dieser eingekesselten Zone. Die hatten zwar noch einen kleinen Zuweg, aber der war unsicher. Die sind ja auch beschossen worden am 25. Mai 1945. Das ist ein ganz schreckliches Ding passiert. Lange Zeit hat es keinen Beschuss gegeben. Die Leute wähnten sich in Sicherheit und dann haben sie mit einer einzigen Granate 71 Todesopfer verursacht und 173 Schwerverletzte. Also solche Sachen sind da auch passiert. Aber wie gesagt, diese Gegend konnte sich dann noch ernähren, weil sie Land hatten. Aber wie soll das werden in Städten? Es gibt unzählige Beispiele, wie hier zum Beispiel. 1203 hatte Johann Oneland, der König von Angewinien, ein wenig Pech. Er wollte ursprünglich den französischen Königen Krieg erklären. Seine Verbündeten hatten Mist gebaut. Und so kam es dazu, dass Philipp II. meinte, super, ich bin gut aufgestellt hier mit meinen Truppen und habe genug Geld und jetzt rasiere ich das Angewinische Reich. Und übrig blieb nur noch England und unten so ein bisschen an der Grenze zu Spanien, zu dem heutigen Spanien. Hierbei kam es natürlich zur Belagerung von Festungen. Und dieses Beispiel zeigt ganz deutlich, was passiert, wenn Menschen aus einer Stadt vertrieben werden. Nämlich die Franzosen, geführt von Philipp II., hatten die Menschen aus den Vororten des Chateau Gela in die Burg treiben wollen. In der Hoffnung, dass die da alles wegfressen und die Verteidiger dann irgendwann ausgehungert werden können. Das wusste Roger de Lassie, der Kommandant der Garnison und schickte die Flüchtlinge in den Burggraben. Also die Verteidiger der Burg als auch die Belagerer mussten nun sieben Monate mit zusehen, wie diese Leute dort also vor sich hin vegetierten. Es war auch noch Winter in der Zeit. Tja, und es kam zu Kannibalismus. Anders konnten die da ja gar nicht überleben. Und das haben die sich sieben Monate lang angucken müssen. Verteidiger wie Belagerer. Soviel zum Thema, was mit den eigenen Leuten im Ernstteil passiert. Was Hungersnot anrichten kann, zeigt auch der 30-jährige Krieg, wie hier von Jacques Callot, die dieser Holzschnitt oder Kupferstich, was es ist, weiß ich nicht mehr, als Kardinal Richelieu mit französischen Truppen in den 30-jährigen Krieg eingriff. Das war schon die zweite Hälfte des 30-jährigen Krieges. Aber schon damals war das Land so durch Krieg und umherziehende Soldateska verwüstet, dass eben kaum noch was zu essen da war. Dieser Krieg hatte die Bevölkerung reduziert von 1618 von 18 Millionen bis 1648 auf nur 9 Millionen. Es gibt kaum ein zweites Beispiel, was eine derart hohe Verlustziffer aufweist als der 30-jährige Krieg. Und was die da gemacht haben, um mit dieser Hungersnot fertig zu werden, sieht man hier auf diesem Bild. Es sind die eigenen Leute, die aufgehängt werden. Historiker sind sich da ganz sicher, denn man erkennt bei genauerem Hinsehen, dass einige Holzbeine haben. Es sind Kriegsversehrte. Unnütze Esser. Man hängt es einfach auf. So was passiert im Zustand der Hungersnot, wenn es extrem wird. Man muss hin und wieder den Teufel an die Wand malen, sonst kapiert der Gutmensch es nicht. Und wenn CanFM vom Wir spricht, die nun die Waffen in alle Gegenden liefern, ja Wir sind das nicht, also ich bin es nicht. Vielleicht hat CanFM ja irgendwelche Aktien bei Heckler & Koch oder so, das weiß ich nicht. Ich nehme aber eher an, dass er sich einfach nur an der Wortwahl vergriffen hat. Und es ist immer wichtig, richtig zu adressieren. Wenn es hier um ein Wir gibt und um Flüchtlinge, dann geht es hier zum Beispiel auch um die Boat People. Damals, nach dem Vietnamkrieg, als sich die USA schon längst zurückgezogen hatten und die Südvietnamesen auch ein bisschen Widerstand geleistet hatten, wurden viele Südvietnamesen, als sie dann von den Nordvietnamesen, von den Kommunisten erobert wurden, als Kollaborateure angesehen. Diese mussten fliehen. Das Leben, das wäre zu hart gewesen. Diese Boat People, daher kommt der Begriff, sind dann häufig Opfer von Piraten geworden. Ich habe hier selber einen Vietnamesen kennengelernt. Ich war ja im Gesundheitsbereich tätig. Ich sprach also mit einem Vietnamesen und er hatte mir ganz klar gesagt, er konnte von Glück reden, durchgekommen zu sein mit dem Boot, womit sie denn da geflohen sind. Aber er habe keine Hoffnung, dass er hier eine vietnamesische Frau trifft. Und das hatte eben damit zu tun, dass die Piraten Thai-Fischer, also Fischer aus Thailand, sobald sie auf so ein Boot stießen, haben sie Männer, alte Frauen und so weiter alle umgelegt und die Mädchen mitgenommen in Thai-Puffs. Das war das Schicksal dieser Boat People. Leute stellen sich Piraten immer als etwas Lustiges vor oder Romantisches oder hier diese Conchita-Wurst-Piraten, die da aus Hollywood kommen oder so. Nee, so waren die gar nicht. Piraterie geschieht häufig aus Armut oder eben auch aus Gier, muss man auch sagen. Piraterie gibt es immer schon und Piraten können eins nicht haben, nämlich Augenzeugen. Das wollen die nicht. Damit können die gar nichts anfangen. Und wenn CanFM und sonstige Gutmenschen nun hier plötzlich ihr Herz für irgendwelche Boat People oder Flüchtlinge, zur Note auch Wirtschaftsflüchtlinge entdecken, die dann auf dem Mittelmeer vielleicht absaufen, dann sollte diesen Leuten mal klargemacht werden, dass diese Piraterie ständig stattfand und mindestens genauso viele Menschen wie bei Unglücken da im Mittelmeer mit den Flüchtlingen, die da vielleicht ertrinken oder so, jedes Jahr zustande kommen. Durch übelste Gewalttaten teilweise. Und von denen redet man gar nicht. Und das weist eben den Charakter von Gutmenschen auf. Also eingeschränkte Sichtweise, kurzfristiges Denken. Im Grunde genommen müsste man solche Leute als gefährlich bezeichnen. Dieser neuseeländische Segler ist auch Umweltschützer gewesen. Peter Brake oder wie der hieß. Und auf einer seiner Fahrten im Amazonas, als er den Urwald da schützen wollte, durch seine Prominenz und so weiter und so fort, er setzte sich also da für den Urwaldschutz ein, ist er dann irgendwie Augenzeuge geworden bei einem Übergriff von Flusspiraten. Und dann haben die den auch gleich abgeschlachtet. Weil er hat, war zum falschen Moment am falschen Ort. Gutmenschen reden von dem allen nicht. Und wenn sie dann auch kurzfristig denken und tatsächlich ein ganzes Gemeinschaftswesen im Sinne eines Staates gefährden, indem sie einfach mal gar nicht berücksichtigen, wie viel Ernährung überhaupt im Notfallzustand vorhanden ist, in einer Just-in-Time-Gesellschaft, wo die Städte nämlich von nun auf gleich, nur weil andere diese Gegend vielleicht mal destabilisieren wollen, weil es gerade ins strategische Kalkül passt, wer hier nicht die Frage stellt, ob die Ernährungssituation überhaupt den ungezügelten Zustrom von Flüchtlingen rechtfertigt, das ist Gutmenschens Kurzsichtigkeit und das ist gefährlich. Und dass Gutmenschen nicht nur auf diese Weise gefährlich sind, beweist hier das nächste Kapitel. 1970 kamen das letzte Mal Zigeuner an unsere Haustür und verkauften Teppiche. Davon versuchten sie noch zu leben. 1967 bereits gab es den Schlager Zigeunerjunge von Alexandra. Schlager sind normalerweise so, dass man da irgendwie so ein Liebesgesülze hört oder so, ist auch bei Alexandra der Fall. Bei Alexandra sind aber manche Texte unglaublich tiefgründig. Und in diesem Stück Zigeunerjunge wird eigentlich der Untergang einer Kultur beschrieben. Und dass es sich bei Zigeunern um eine Kultur handelt, sieht man zum Beispiel an dieser Pferderasse, die Gypsy Cop heißt. Gypsy Cop, also das heißt übersetzt Zigeunerleib. Diese Pferde werden auch als Tinker, also die Rasse wird auch als Tinker bezeichnet, und sind Zuchtergebnis irischer Zigeuner. Und das sind Iren und nicht irgendwelche Sinti und Roma oder so. Das ist auch dort das fahrende Volk. Diese Leute haben genauso die Kultur und deren Wagen sehen auch genauso aus, wie die Wagen von Sinti und Roma Zigeunern. Das ist kein Schimpfwort. Und die haben dann eben von Pferdezucht gelebt, wie hier zum Beispiel im Schimmelreiter von Theodor Storm. Der Schimmel wurde von einem slowakischen Zigeuner an den Deichgrafen verkauft. In dem Roman geht es übrigens auch um Menschenopfer, aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Etwas Lebiges muss in den Deichen. Und der Deichgraf hatte das dann immer versucht zu verhindern und versucht den Leuten klarzumachen, es liegt am Deichbau. Und wendete also neue Deichbautechniken an und dann misslang das Ganze. Und somit stürzte er sich dann mit seinem Pferd selbst in die Fluten als Opfer. Na, ist egal. Gut, also dass Zigeuner kein Schimpfwort ist, sieht man auch in der Zeit der 70er Jahre, Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Dies hier ist Edwige Pierre, eine Französin. Die hat gar nichts mit Zigeunern zu tun, war eine Geigenvirtuosin, aber bekannt wurde sie durch ihre Fernsehauftritte bei KMI-Verfilmung, Cara Ben-Emsi Effendi etc. Sie wurde als Fernsehzigeunerin bezeichnet, aber nicht abwertend, sondern anerkennend. Und sie trat dann auch als Lebensgefährtin von Arpad auf in der Fernsehserie Arpad der Zigeuner. Und das ist auch kein Anti-Held oder sowas, ein Böser oder so. Ne, das ist ein Held gewesen. Man kann sich ja diese Videos ansehen, hier auf dem YouTube-Kanal von Teleromani. Der Name legt übrigens nahe, dass es auch ein Zigeuner ist. Der hat also alle Staffeln hochgeladen. Und ich empfehle, die erste Staffel mal anzusehen, Folge 1. In den ersten paar Minuten erfährt man ganz viel über die Zigeuner, wie sie zum Beispiel leben. Das war ihr traditionelles Handwerk. Sie waren Scherenschleifer, Kesselflicker, haben Balien aus Holz gemacht usw., also so Küchengeräte. Und das haben sie dann in jedem Ort verkauft. Und gab es da nichts mehr zu schleifen oder keine Töpfe mehr zu flicken, sind sie weitergezogen. Nebenbei haben sie natürlich noch ihre Pferde gehandelt usw. Aber heute braucht niemand mehr Pferde und Kessel werden nicht mehr gepflegt, sondern weggeschmissen und neue gekauft und solche Sachen. Also wie gesagt, man muss keine Kultur lieben. Ne, aber wer selber für sich und seine Kultur den Anspruch formuliert auf Bestand, der darf das anderen auch nicht aberkennen. Ja, und die Zigeuner Kultur ist eine reichhaltige Kultur. Ich habe das eben gezeigt an den Iren. Das sind auch nicht Roma und Sinti, wie es Gutmenschen gerne hätten. Das sind die Völker. Die Lebensart, das sind Zigeuner. Das ist Kultur. Ja, wie hier zum Beispiel eine niederländische Frau, die betreibt hier zum Beispiel Zigeunertouren oder so. Dann fährt man da im Zigeunerwagen mit einem MS durch die Gegend. Da kriegt man mehr übrigens von mit. Das ist Jugendlichen durchaus mal zu empfehlen. Da kriegen sie ein bisschen mehr Ruhe und außerdem ist es romantisch. Alles, was Gutmenschen können, ist diese Zigeuner oder den Zigeuner nicht nur die Kultur zu nehmen, sondern den Begriff auch noch in Dreck zu treten und herauskommt sowas. Sie werden in Arbeiterschließfächern untergebracht und verkommen. Und dieser Prozess, der ist so ungefähr anzusiedeln in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und soll einfach nur mal darstellen, dass Gutmenschen Kulturvernichter sind. Auf übelste Art und Weise. Wenn man das nochmal zusammennimmt, ist dieses Gutmenschen-Denken Wasser auf die Mühlen von diesen ganzen Thinktank-Leuten, die nach Belieben irgendwelche Gegenden mal ein- und ausschalten, destabilisieren wollen für kurz- oder längerfristige strategische Planungen. Und die, diese Leute, die fragen nicht. Oh, passierender Opfer. Übrigens, Friedman hatte schon angekündigt, dass es hier zu jeder Menge Opfern kommen wird. Und vermutlich durch Auszehrung. Also, Gutmenschen sind in Wirklichkeit Schlechtmenschen. Bis hierhin erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.